Hallo und Willkommen zu SavedRum. Das Wichtigste zuerst, es gibt eine Alpha-Version des Spiels jetzt auf itch.io zum runterladen. Ich werde euch einen Link dazu in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt aber auch einfach direkt auf itch.io gehen und SavedRum suchen. Solltet ihr es auch finden, könnt ihr euch einfach einen ZIP-Ordner runterladen, entpacken und dann loslegen. Und jetzt noch die wichtigsten Änderungen seit letztem Mal. Zum einen habe ich natürlich ein Tutorial hinzugefügt für die Alpha-Version und ganz ganz viele Bugs behoben. Es sind noch nicht alle raus, aber zumindest eine stabile Version wollte ich dann doch liefern. Ich habe neue Sound-Effekte, wie ihr merkt. Ich habe alle Aktionen des Spielers jetzt mit Sound-Effekten versehen und die Gegner auch mit Sound-Effekten versehen. Genau, ich habe den Hintergrund neu gezeichnet, dass es ein bisschen schöner aussieht und dass es nicht ganz so langweilig wird, wenn man doch sehr repetitiv im Spiel ist. Ich habe den Highscore-Screen ein bisschen überarbeitet und auch den Highscore jetzt gespeichert. Das heißt, ich kann dann versuchen, mich selber zu schlagen. Also wenn ich jetzt noch mal verliere, dann sieht man, okay, mein jetziger Run war nicht so gut, aber ich kann dann eben versuchen, meinen letzten Highscore wieder zu schlagen und kann da so ein bisschen gegen mich selber spielen. Und das war es eigentlich auch schon. Also ladet es euch runter, probiert es aus und lasst mir gerne einen Kommentar auf itch da, ob es euch gefällt oder nicht und was ich noch verbessern kann. Weiterhin viel Spaß!